Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von DUTEC und zwar geht es um unser Grundstück zunächst einmal und ja da hat sich auch ein bisschen was getan, das heißt wir haben hier sozusagen entsprechend unsere Straße und wenn wir hier was ein bisschen lang gehen, dann haben wir ein Denkmal für jeden Spieler errichtet, nämlich und zwar einen gigantischen Riesen, der in der Erscheinungsform auftaucht, je nachdem welcher Spieler da jetzt im Grunde genommen ihn gerade betrachtet, beziehungsweise jeder Spieler der spielt, sieht seinen eigenen Skin dort und ist auf jeden Fall ultra witzig, haben wir hier entsprechend halt gefangen genommen, witzige Sache auf jeden Fall. Ja dann geht es hier im Grunde genommen hier so ein Stück weit weiter, da haben wir hier ganz ganz viele Bäume, die sozusagen noch Akzente setzen für das Hochhaus und auch das Hochhaus nimmt so langsam tatsächlich Gestalt an und wird auf jeden Fall auch langsam nach und nach entsprechend immer weiter ausgebaut. Hier wurde schon tatsächlich hier im Technikbereich wurde tatsächlich schon ein bisschen aufgeräumt, muss man sagen, das heißt die ersten Maschinen sind so ein Stück weit weggekommen, allerdings noch nicht alles, das passiert allerdings so entsprechend nach und nach noch. Okay, dann gucken wir uns mal an, es gibt mittlerweile verschiedene Ebenen, da das ein Hochhaus ist, habe ich das so ein bisschen so gestaltet, wie in so einer Hotellobby kann man so ein Stück weit sagen, mit entsprechenden Fahrstühlen. Das heißt, wir haben hier so im Grunde genommen so den Eingangsbereich, so das Foyer und so weiter und so fort und kommen da so erstmal an und können dann in den ersten Stock. Erster Stock hat erstmal im Grunde genommen nichts weiter zu bieten, habe auch so eine schöne Aussicht sozusagen, können wir einmal wieder zurück. So, dann haben wir den zweiten Stock, da steht unser großer ME-Controller und aktuell auch schon dreimal vier, also insgesamt dann zwölf von den Pattern-Providern mit entsprechenden Molekular-Assemblern, damit wir Auto-Craften können in Applied Energistics. Dann können wir hier nochmal reingucken, also der ME-Controller ist noch ein bisschen größer auf jeden Fall, ich habe den in die Decke reingebaut, aber hier sozusagen, damit das so ein entsprechendes Design hat, ganz einfach, entsprechend auf vier mal sechs hier gekürzt, aber wie gesagt, das geht auf jeden Fall noch weiter, kann man auf jeden Fall hier oben noch entsprechend weiterverwenden. Dann sehen wir hier schon, hier sind auf jeden Fall schon einige Lanes belegt und hier wurde auch schon einiges auf jeden Fall gemacht, also hier haben wir entsprechend die zwölf, ein paar Prozessoren, die kommen allerdings auch noch runter in diese Ebene, da bin ich allerdings jetzt gerade erst dabei, nach und nach Applied Energistics entsprechend aufzurüsten. Okay, dann gehen wir einmal wieder runter und gucken dahingehend nochmal weiter. Ich habe dasselbe System angewendet wie letztes Jahr, das heißt wir sind jetzt hier einmal auf Ebene 3 und da haben wir sozusagen die Applied-Geschichte. Wenn man das halt so möchte, das heißt darunter ist dann auch der ME-Controller, das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe, das heißt wir haben hier den ME-Controller und auf dieser Ebene haben wir dann sozusagen unsere, ja, unsere ME-Geschichte mit den Festplatten halt ganz einfach und alle Sachen, die halt irgendwie zu Applied-Energistics halt dazugehören. Hier jetzt zum Beispiel hier eine sehr intelligente Art und Weise Zellusquads zu generieren, werde ich auf jeden Fall auch nochmal entsprechend näher drauf eingehen. Allerdings in einem anderen Video halt entsprechend dazu. Okay, dann haben wir hier wie gesagt ein paar Festplatten, es ist noch nicht besonders viel an Festplatten da, weil noch ein bisschen die Rohstoffe teilweise da auch fehlen und die Automatisierungen. Das kommt allerdings jetzt so die Tage und alles so nach und nach und dann kann man natürlich entsprechend skalieren und dann kriegt man dann natürlich auch einen deutlich höheren Output. Okay, dann gehen wir hier nochmal eine Ebene nach oben, diese Ebene, das ist unsere Ebene für die Villager, das heißt wir haben hier ganz ganz viele Eisenfarmen, die jetzt auch bereits schon angebunden sind, sehen wir an dem Kabel, wird einfach entsprechend reingezogen und wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Farmer, die auch entsprechend ihr Nötigstes tun und sodass wir hier eine gewisse Grundproduktion auf jeden Fall ganz einfach haben. Sehr schön. Okay, und dann würde ich sagen, also die Ebenen sind auch noch alle ein bisschen dunkel gehalten, das heißt das Design wird auch nochmal später entsprechend abgeändert werden. Dann gehen wir nochmal eine Ebene weiter nach oben, das ist die Industrial Foregoing Ebene, das heißt da haben wir unsere Laser-Duel aufgebaut, da kommen auch und die wird natürlich entsprechend nochmal geupgradet. Auch das skaliert sich nach und nach und dann habe ich hier so ein Stück weit angefangen, gut das ist natürlich nicht ganz ein Turmel beziehungsweise Industrial Foregoing, geht aber alles so ein bisschen so in die Richtung halt sozusagen. Da haben wir einmal im Grunde genommen Turmel mit den Phytogenic Insulators, mit den Oak Saplings und einmal hier Lily of the Valley zum Beispiel oder hier die Garden Clock mit den Industrial Hemp Seeds und so weiter und so fort, dass wir da auf jeden Fall erste dauerhafte Produktion ganz einfach haben und die ganzen Kabel werden dann auch noch auf Dauer gesehen. So gut es geht verschwinden, es ist allerdings nicht möglich an jeder Maschine die Kabel zu verstecken, hier kann man es gut machen zum Beispiel, da kann man gut coveren die Ecke hier, allerdings funktioniert das nicht überall. Hier zum Beispiel geht es leider tatsächlich gar nicht, weil man da natürlich vorne ran muss, hier muss man ja von beiden Seiten ran, einmal muss man von hinten Wasser rein pushen und einmal sozusagen entsprechend von vorne den Input sozusagen ziehen oder die Sache rausziehen. Das funktioniert so in der Form halt leider dann nicht. Okay und dann gehen wir einmal nochmal nach oben zur nächsten Ebene, zur Mechanism Ebene und hier wurde jetzt auch schon angefangen mit der Infusing Factory auf jeden Fall entsprechend, allerdings leider auch noch nicht vervollständigt. Auch das ist momentan noch in Arbeit insgesamt betrachtet. Aber wie gesagt, es geht so langsam los, wir haben auf jeden Fall auch noch eine Electric Pump, die automatisch sozusagen Wasser in unser System halt pumpt. Da können wir mal gucken, ob die mittlerweile das Lager tatsächlich voll ist, können wir mal schauen. Glaube nämlich nicht, also sollte eigentlich nicht der Fall sein. Was haben wir denn drin? Wir haben momentan hier unsere Festplatte und wir haben drin, oh wir haben tatsächlich weniger Produktionen. Uiuiui, ist tatsächlich gar nicht so viel drin. Wir haben gerade mal 20.000, ähm, bei 20.000 ist schon viel, oder? 20k? 20.000. Das ist natürlich die Frage, wie viel Wasser ist das jetzt? Ähm, hier ist natürlich immer so die Frage, warte, ähm, also Show Fluids, ah, zack, Show Fluids, 20k. 20.000, sind das Buckets? Müsste sein, dann ist es doch relativ viel. Ähm, wenn es 20.000 Buckets sind, ja doch sind es 20.000 Buckets, geht nach oben auf jeden Fall. Okay, dann sind es 20.000 Buckets, dann ist das auf jeden Fall schon viel, weil, ähm, ein Bucket sind 1000, ähm, Milli Bucket. Ist natürlich die Frage, wie das hier gerechnet wird, aber es sind auf jeden Fall, also wir haben noch einen Produktionsüberschuss, definitiv, wenn man das so sieht. Also geht auch entsprechend nach oben, weil auch ein paar Systeme sind ja auch angeschlossen. Das heißt, wir haben einmal sozusagen, ziehen das in unsere ME rein und verarbeiten das auch automatisch bei bestimmten Maschinen, die Wasser benötigen. Wie zum Beispiel der Phytogenic Insulator braucht auf jeden Fall Wasser. Das definitiv. Ähm, das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch die Endgarten Clock braucht definitiv auch Wasser, ähm, um das Ganze entsprechend, ähm, zu verarbeiten. Ja, das ist das, was auf jeden Fall hier im Grunde genommen so passiert ist. Ansonsten, äh, laufen hier noch die Prozesse sozusagen. Hier wird entsprechend halt noch gearbeitet, ein Stück weit. Und, ähm, weitere Sachen sind da bisher noch nicht mit dazugekommen. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Energiequellen sozusagen, aber alles, all das kommt alles entsprechend nach und nach. Ähm, die liebe Vicky hat auf jeden Fall noch ihr Haus so ein Stück weit erweitert. Da können wir uns einmal auch nochmal angucken, was da passiert ist. Auf jeden Fall achtet sie immer sehr stark auf Details. Oh, hier haben wir nochmal weitere neue Betten, allerdings nur zwei Stück. Okay, interessant. Fehlt noch ein drittes. Ähm, dann haben wir hier unsere Tropfsteinhöhle, die hier erweitert wurde. Hier mit Phoebe und hier mit zwei weiteren Vögeln und so weiter und so fort. Das sieht schon alles echt sehr, sehr schick aus, muss man wirklich sagen. Ähm, dann haben, gehen wir einmal hier runter. Das, ähm, das ist noch ein Raum, der ist noch, ja, ist noch ein bisschen Spielraum sozusagen. Aber dieser, diesen Raum finde ich hier zum Beispiel klasse gestaltet, muss man sagen. Also du kommst hier unten rein und hast auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Kannst geradeaus weitergehen. Hast auch diese, diese Säulen, die wirklich auch nochmal zusätzlich Elemente machen. Hast hier einfach ein Bild. Wirklich einfach nur stumpf ein Bild. Ähm, und das sieht super aus. Dann hast du hier so eine kleine Bücher- und Leseecke hier zum Beispiel. Deckable Books, Handcrafted, etc. Und dann hast du hier direkt Blick so auf die Tropfsteinhöhle. Finde ich geil. Oder hier zum Beispiel halt irgendwie so ein Polargebiet reingezimmert. So mit Glas, damit man das irgendwie sich angucken kann und so weiter. Das sieht schon geil aus. Und dann hat man hier auf jeden Fall einmal Ralfi und Andy. Ähm, so ein Polargebiet sozusagen. Also cool, cool gemacht. Hier direkt daneben halt sozusagen so die Tropen. Ähm, so ein bisschen so wirklich so Zoo-mäßig, ne. Und dann hast du hier im Grunde genommen Fauci. Ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall witzig. Ähm, so, dann gucken wir nochmal rein. Hier haben wir nochmal ein paar Skeleton Horses und so weiter und so fort. Hier eine entsprechende Hexerrüstung. Ähm, wie gesagt, auch all das sieht auf jeden Fall schon echt klasse aus. Wenn man das halt auf jeden Fall gut gestalten kann. Dann kann man hier nochmal so ein Stück weit weiter gehen. Dann kommt man hier zu einem alten Technikraum. Hat man hier auf jeden Fall noch... Oh, hier wurde auch schon ein bisschen was gemacht. Hier mit Druckkammern und so weiter. Ah, auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall wurde, ist hier entsprechend relativ viel passiert von der Sache her. Und, ähm, ja, an der Stelle war es das. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.